So Leute, Teil 4, 4 schon, wow, okay, ich bin gespannt, mir macht das Spiel gerade so einen heilen Spaß, dass ich von einem Teil nach dem anderen raushau und nicht so andere Spiele, ich bin nur noch am Rendern, Rendern, Spielen, Rendern, Spielen, Rendern, Spielen und immer so weiter, zack, zack, ein bisschen Flugzeug, schön, wow, sehr schön, ja, hallo Miss, Miss Stück, äh, Ich will mit der Flagge, Edel, durch die Luft fliegen Hat der, wie meint der? Hm Ja, lass mich doch rein, du Spastiker, duer Präsident, ey Was ist für ein Präsidenten, der mich hier nicht reinlässt Ich kann auch hier meine M4 auspacken und Dann kommt halt ganz Slowscreen und dann so Oh, bla bla Ich bin doch immer noch das Gefühl, dass hier gleich jemand umgeballert wird Wir haben nur zwei Entscheidungen, Frieden oder Krieg, Leben oder Tod. Für die Sache von unseren Kindern, wir müssen sie mit den Westerlern sehen. Jetzt ist nicht die Zeit, um unsere Schwestern zu verhindern. Wir zerstören unsere Schwestern, wenn wir mit ihnen zusammenfassen. Wenn wir nicht unsere Differenzen können, zumindest... ...Gunfire! Ich bin jetzt nicht in den Platz! 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 Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ich wusste es doch, dass er da reinkommt. Oh ja, was habe ich denn da? Ach so, das ist gar keine G-18. Oh, oh. Okay. Das ist... Das nennt man ein Flugzeug-Absturz. Oh. Boah. Hier nachzuladen ist keine leichte Sache, ey. Vor allem zu treffen. Und jetzt geht's! Oh ja, es sieht nicht aus. Es ist nicht aus. Oh man, oh man, oh man, das ist vielleicht konzentrieren, konzentrieren, weiter, weiter, was haben wir denn hier? Weiter geht's, okay, ich wollte gerade Galante werfen, aber im Flugzeug ist das vielleicht nicht so schlau, er lebt, er lebt immer noch, schade, hier kann man nicht durch Wände schießen. Zumindest nicht richtig, aber lieber mit holographisch das gar nicht, weiter, erstmal nachladen, er brauche ich gar nicht, cool, nicht mehr, was steht da eigentlich? Okay Und ich glaube, ich soll da drin bleiben, ja, ui, 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 fette Effekt, ui, fette Effekt, das war ich gerade wirklich so weg Bam, ba-bam, na, mal sehen, wie es weitergeht Aha, okay, dann steh mal auf Ah, ich bin Agent Harkov Muss ich den Präsident finden, aha Okay Ich scheine ein bisschen verletzt zu sein Aha Ja, das scheint hier ein bisschen abzugehen, ne Hallo Ja, ich bin ein bisschen verletzt, sieht zumindest aus Geil Das Spiel ist Hammer, ganz ehrlich, ich liebe dieses Spiel Was ist das für ein Ding? Das ist Private und Commander Okay Besser als Oder was ist das andere? Was ist S4U? Wahrscheinlich sowas wie, äh Wut, äh, war Hell yeah Ja, das liebe ich so an MW2 und MW3 Diese Explosion und diese Zerstörung Das klingt jetzt ein bisschen krank, aber ich liebe Zerstörung Glaub ich Das ist U S4U, Alter Egal Was, achso, ja, ja Follow, follow, follow Ah, jetzt kann ich hier freies Granatenwerfen Machen Wie ist mir geliebt Ah, ah, ah Bisschen aufballern Bisschen aufballern Okay Au, 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 das ist wie Weiter Okay, den haben wir So, das sind Gegner Oh, ja, sind auch wieder Was denn? Dass er jetzt zurückkehren, aber wie Ich weiß, was er aus A, A12 Was sind sonst noch so für Waffen? Ui, die geht auch ab in dem Spiel Ich wusste, dass jetzt da einer drinsteht, der mich abballert Ich wusste es. Das war irgendwie so klar. Bewege dich nicht. Aber das war ja so klar. Nervig, ey. Oh, das war es schon. Oh, okay. Bis zum nächsten schon. Na gut, kann man nichts machen. Bis zum nächsten.